Heute gucken wir uns ein richtig mächtiges HTML-Tag an, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um ein HTML-Tag und zwar wirklich nur um dieses kleine HTML-Tag, was allerdings eine Menge Funktionen bietet und was viele erstaunlicherweise nicht kennen und nicht nutzen. Ich weiß nicht warum. Deswegen gucken wir uns das heute erstmal an. Wenn ihr Fragen dazu habt oder selbst Vorschläge zu neuen Videos habt oder sowas, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen Link zu Discord, das ist der Community-Server, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, eure Fragen stellen oder selbst Fragen beantworten. Auf jeden Fall verlieren wir jetzt keine weitere Zeit und legen los. Viel Spaß, auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Aber als erstes, was seht ihr hier eigentlich? Hier links ist meine normale Entwicklungsumgebung. Heute benutzen wir im Prinzip hauptsächlich die Index HTML. Ich habe ein bisschen was in die Main-SAS geschrieben. Einmal im Prinzip alles das hier ist meine Standard-Geschichte, die ich in jedem meiner Tutorials nutze. Hat einfach nur was mit der Farbe hier im Hintergrund zu tun, ist komplett egal für das Video. Und alles, was hier drin ist, sorgt im Prinzip nur dafür, dass einmal unser Picture-Tag in der Mitte zentriert wird mit 90% Weite und so einen kleinen Border-Radius bekommt und dass die Bilder in dem Picture-Tag 100% Weite bekommen. Komplett egal für das Video als solches. Deswegen können wir das einfach schließen. Wir haben auch kein JavaScript, deswegen wird es auch nirgendwo verlinkt. Hier oben wird wie immer meine Min-SAS verlinkt. Und wir haben hier eine ganze Menge Bilder. Diese werde ich heute benutzen. Und zwar haben wir hier einmal Mobile. Das ist einfach hier Mobile. Dann Desktop. Steht Desktop in der Mitte. Demo 3x, Demo 2x, Demo 1x. Was alles damit auf sich hat. Dazu später mehr. Grundsätzlich müsst ihr wissen, jedes dieser Bilder hat exakt dieselbe Auflösung, nämlich 1920 zu 1080. Und haben im Prinzip nur den Zweck mit dieser Schrift hier, dass wir sie optisch unterscheiden können. Grundsätzlich solltet ihr später unterschiedliche Auflösungen verwenden. Allerdings erstmal, was machen wir heute? Und zwar haben wir heute etwas zu tun mit dem sogenannten Picture-Tag. Und viele Leute kennen dieses Tag nicht, habe ich witzigerweise letztens festgestellt. Einmal in den Unterhalterungen auf Discord, aber auch in meinem privaten Umfeld. Und das Witzige an der Geschichte ist eigentlich, dass viele, wenn man dann erzählt, Picture-Tag, was macht es? Man sagt, es kann Bilder einbinden. Dann gehen sie direkt davon aus, dass es in Konkurrenz zu unserem allseits bekannten Image-Tag steht. Das ist in jedem Fall falsch. Weil unser Picture-Tag, wenn ich das jetzt hier mal einbinde, funktioniert ohne unser Image-Tag nicht. Was heißt, ich brauche, um ein Picture-Tag verwenden zu können, ein Image-Tag innerhalb unseres Picture. Was heißt, das Image-Tag stellt weiterhin das Bild dar. Das Picture-Tag gibt einem nur mehr Möglichkeiten. Aber was für Möglichkeiten sind das genau? Als erstes kann ich so etwas machen, wie ich binde ein Source-Tag ein mit einem zusätzlichen Attribut, nämlich src und z. Damit sage ich jetzt einfach, Name.svg soll eingebunden werden. Das ist Type SVG. Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich hier einfach Punkt PNG einbinden. Was heißt, ich kann das Picture-Tag als Fallback nutzen für Bildformate, die nicht unterstützt werden. Mittlerweile braucht man das hier eher nicht. Was heißt, ich würde einfach aufwandstechnisch nicht jedes SVG als PNG hinterlegen, weil es eigentlich keine größeren Kompatibilitätsprobleme mehr gibt zwischen SVG-Darstellungen und anderen Bildformaten. Und SVGs sind in jedem Fall kleiner als jedes andere Bildformat und haben eine bessere Qualität. Was heißt, persönlich binde ich keine Fallbacks mehr ein für SVGs? Man kann es natürlich machen. Es ist nicht sonderlich aufwendig, wie ihr seht. Aber Picture-Tags haben eine viel, viel mächtigere Darstellungsmechanik. Und zwar können wir damit Media-Queries benutzen. Media-Queries kennen wahrscheinlich viele von euch und es sind einfach ziemlich simple Geschichten. Und zwar das lösche ich mal raus, lösche auch das hier raus und sage jetzt hier Media gleich, Anführungszeichen, sage hier Klammer auf, Klammer zu, zack und sage jetzt hier drin einfach Max minus Width Doppelpunkt 600 Pixel. Was heißt, das ihr kennt hier alle, ist ein ganz normales Media-Queries Tag. Ihr könnt da auch alles andere verwenden, was heißt Landscape, also beispielsweise, ob es Landscape oder Portrait hat. Ihr könnt alle möglichen Media-Queries einsetzen, funktioniert immer und funktionieren auch eigentlich ziemlich problemlos. Was heißt, ich möchte jetzt gerne, wenn die Auflösung des Browsers, die Breite des Browsers maximal 600 Pixel beträgt, möchte ich gerne ein Bild laden und zwar aus Assets, Images und hier Mobile.jpg. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird hier Mobile geladen, egal was ich hier unten einsetze. Ich setze hier dann immer eigentlich nur die Grafik ein, also zum Beispiel Name minus der Grafik und normalerweise würde ich es so nennen, dass ich jetzt hier Name der Grafik und hier hinter dann Mobile. Was heißt, eine Mobile-Version einfach von der Grafik darstelle. Wie gesagt, hier wird sowieso die Mobile-Grafik dargestellt, wenn es maximal 600 Pixel ist. Wenn ich das Ganze jetzt größer ziehe, verschwindet es. Was heißt, ihr könnt einmal Bilder anzeigen lassen und verschwinden lassen, beispielsweise Mobile, was aber viel praktischer ist und zwar können wir hier mehrere Ressources eingeben und können jetzt hier sagen, MinWid, 600 Pixel, was heißt, wenn es mindestens 600 Pixel beträgt, wollen wir Desktop laden. Was heißt, ein anderes Bild und wenn ich das Ganze jetzt hier größer ziehe, dann wird das Bild ausgetauscht zu Desktop und ihr könnt euch vorstellen, warum das praktisch ist. Und zwar können wir hier nicht nur zwei einsetzen, sondern ihr könnt Bilder für jede Auflösung aufbereiten. Was heißt, ihr könnt einmal für Mobile einfach kleinere Bilder machen, aber auch beispielsweise einfach für Desktop horizontal größere, also 16 zu 9 Formate und für Mobile dann Bilder hinterlegen, die einfach gedreht sind, also im Portrait-Modus sind, weil die Leute meistens ja ihr Handy im Portrait-Modus benutzen und ihr könnt hier ganz unterschiedliche Bilder hinterlegen. Was heißt, Media Queries ist wirklich praktisch oder auch beispielsweise Logos könnt ihr anders darstellen. Ihr könnt hier natürlich auch wunderbar SVGs verlinken für ein Logo beispielsweise, dass im Desktop-Modus das Logo mit dem Namen angezeigt wird und im Mobile-Modus einfach nur noch das Logo. Das könnte man hiermit zum Beispiel super umsetzen. Neben dieser absolut mächtigen Mechanik, muss man mal eben sagen, gibt es auch die Möglichkeit, wunderbar unterschiedliche Auflösungen anzusteuern. Was sind unterschiedliche Auflösungen? Ihr kennt das sogenannte Device Pixel Ratio, was ansagt zum Beispiel, dass ich auf einem iPhone eine höhere Bilddichte habe als auf einem 0815 HD-Monitor. Und das hat einfach den Grund, dass man ja eigentlich unterschiedliche Bilder bräuchte. Und genau das kann das Picture-Tag liefern. Wir löschen dazu unseren zweiten Source mal eben raus und sagen jetzt, wir möchten hier oben etwas verbinden. Und zwar habe ich hier unterschiedliche Bilder, Demo 1, 2 und 3. Hier muss ich jetzt angeben, okay, ich möchte jetzt ein Bild verlinken. Und zwar möchte ich hier verlinken, Assets Image Mobile, nicht, sondern ich möchte Demo-1x, möchte ich verlinken. Und das Ganze muss ich hinten angeben mit 1x. Was heißt, es hat die Pixel Density 1x. Das Ganze brauche ich jetzt mehrfach. Was heißt, ich gebe jetzt hier hinter an, okay, wir haben hier Demo 2, Demo 3. Das Demo 3 ist bei 3, also Pixel Ratio. Und das hier ist bei Pixel 2. Also beispielsweise das hier wäre ein Retina-Display und Media Queries brauchen wir nicht, deswegen lösche ich das raus. Grundsätzlich muss ich jetzt hier unten einfach nur noch Name der Grafik, beispielsweise Demo und sage hier auch JPG. Ganz wichtig ist, wenn ich das jetzt abspeiche, haben wir hier 1x. Es ist nicht optional mit der Namensgebung. Was heißt, ihr müsst das hier angeben und ihr müsst hier hinten dran auch die Auflösung angeben. Sonst funktioniert das alles nicht. Wenn ihr jetzt hier drin seid und ich das größer ziehe, passiert hier nichts, weil wir verändern den Pixel Ratio meines Monitors nicht. Mein Monitor hat, ich weiß gar nicht was genau, auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Und wenn ich jetzt hier reingehe auf Untersuchen, habe ich jetzt hier im Vorfeld schon mal vorbereitet, nämlich drei standardwertig oben. Demo 1x, Demo 2x, Demo 3x. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich mir hier unten, ich mache das mal eben in einer anderen Form und zwar würde ich das gerne links haben und sage jetzt hier, ich möchte das gerne in einer anderen Form darstellen und kann dann hier sagen Add Custom Device und habe dann hier die Möglichkeit, mache das noch ein bisschen größer, Add Custom Device, habe hier die Möglichkeit, das Device Picture Ratio anzugeben. Was heißt, ich kann hier einfach sagen, das hat eine Pixelauflösung von drei Pixeln, die eigentlich nur richtig einen Pixel darstellen. So habe ich schon mal drei vorbereitet und habe ich hier quasi immer nur die unterschiedlichen Formate geändert. Das Schöne ist, wir können das jetzt hier schließen und ich kann hier oben, oh ich habe es jetzt ausgeblendet, das wäre selten dämlich, kann jetzt hier einfach mir nicht da durchklicken. Was heißt, ich wähle jetzt Demo 1 aus, aktualisiere und es wird hier das Bild mit einer Auflösungsstufe geladen. Wenn ich auf Demo 2 klicke und aktualisiere, dann kriegen wir Demo 2x und wenn ich auf Demo 3 klicke und das aktualisiere, kriegen wir Demo 3x. Jetzt habt ihr gerade gesehen, das Bild ist kleiner geworden. Das hat schlicht den Grund, dass unser Bild im Hintergrund dieselbe Auflösung hat, wie auch Demo 1x. Wenn ich das hier lade, ist es genauso groß wie Demo 3x. Allerdings wird hier ein Pixel für drei Pixel dargestellt. Was heißt, das Bild wird geschrumpft, hat dafür eine höhere Auflösung, also einfach eine höhere Pixel-Density und ihr könnt so ziemlich simpel für alle möglichen Auflösungsstufen unterschiedliche Bilder vorhalten. Was heißt, ihr könnt diese Bilder meistens mithilfe von Backend-Sachen generieren. Also so gut wie jedes CMS bietet eigentlich die Möglichkeit, unterschiedliche Qualitätsstufen von Bildern zu generieren. Beispielsweise die Originaldatei, eine Mobile-Datei und so weiter. Also beispielsweise die gängigen CMS-Systeme wie WordPress, wie Typo 3, aber auch viele Node-basierte Backend-Systeme und andere Backend-Systeme haben Libraries und Module, die einfach jedes Bild auf unterschiedliche Auflösungen runterskalieren, runterrendern, sodass ihr das hier eigentlich automatisiert erstellen könnt, dass ihr im Prinzip jedes Bild einfach so einbindet und dann einfach nur die passenden Auflösungen hinterlegt, sodass es automatisiert im Backend passiert. Grundsätzlich, das sind die beiden, finde ich, mächtigsten Werkzeuge. Einmal Media Queries und die Pixel-Density und damit kann man eine ganze Menge machen. Es ist unfassbar simpel. Es ist kaum ein Mehraufwand dafür, dass es für euren User, euren Page-Load und einfach das Ansehen eurer Seite nur Vorteile bringt. Was heißt, schreibt doch mal in die Video-Kommentare, ob ihr das Video bzw. ob ihr dieses Tag schon kanntet und ob ihr es auch schon in Projekten verwendet habt und wenn nicht, wo eure erste Verwendung stattfinden würde. So, das war's wieder für diese Woche. Wie gerade schon gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt doch einfach mal in die Video-Kommentare, was ihr mit dem Picture-Tag vorhabt oder welche Möglichkeiten es bietet. Ansonsten, ja, wenn ihr diese Channel unterstützen wollt oder Fragen stellen wollt oder sowas, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Amazon, aber auch zu anderen Seiten wie Twitter, Facebook, Instagram, wo ihr einfach mal los sagen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. 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 Vielen Dank.